Amila Schön, sexy und hochtalentiert. Amila ist eine wahrhaft magische Versuchung. Mein Name ist Amila, bin 26 Jahre alt, komme aus Saarbrücken und habe noch einen anderen Wohnsitz in Las Vegas und bin Mentalistin. Bereits als kleines Kind konnte Amila Bilder von Ereignissen sehen, die erst in der Zukunft passieren sollten. Aber beinahe hätte sie ein Bild, das sie selbst betraf, übersehen. Ich war damals 12 oder 13 Jahre alt und da bin ich beinahe von der S-Bahn überfahren worden. Ein Erlebnis, das ihren Blick aufs Leben verändern sollte. Seitdem habe ich einen sechsten Sinn dafür, dass unabsehbare Dinge, dass ich die schon vorher weiß. Eine Fähigkeit, die Amila zu nutzen weiß. Kann Amila als magische Verführung tatsächlich telepathisch Menschen manipulieren? Sie konnte Dinge fühlen, die mir hätten passieren können. Aber ich war mir nicht ganz sicher, warum sie mir das alles erzählt. Als ich sie selber besser kennenlernte, erklärte sie mir, dass sie so etwas wie den sechsten Sinn hat. Männer sind für Amila einfacher zu steuern. Denn während die noch ihre optische Erscheinung bewundern, ist sie längst in deren Geist eingedrungen und lässt sie tun, was sie will. Männer sind in ihrer Gegenwart willenlos. Eine Eigenschaft, die vielen erstmal unheimlich ist. Wenn ich sie jetzt nicht kennen würde, hätte ich schon Angst vor ihr. Weil allein wenn man ihr in die Augen sieht, hat man so das Gefühl, als ob sie in deine Seele rein sieht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.